Aber heute will ich mal was schaffen. Ich habe relativ früh Feierabend, wir haben 14.50 Uhr. Bevor es aber losgeht, ich will erstmal Tee kochen. So, und du weißt ja, The Life is a Remix und ich bin ja immer unterwegs und gucke so nach coolen Sachen. Und ich habe jetzt hier die Laser Cut World Map gefunden. Und die will ich heute auslasern. Ich habe nämlich einen guten Ort, wo die reinpassen könnte. Dann gehe ich mal prompt hier auf Download, packe das Ganze auf meinen Rechner. Aber womit soll ich das denn auslasern? Ich kann dir sagen, so ein Ofen in der Werkstatt ist schon ziemlich geil. Tja, und so sieht ein ziemlich guter, guter Laser aus. Ach ja, da war noch was. Für die World Map nehme ich hier einfach so ein Brett. Das ist Sperrholz und das können wir dann ja richtig gut anmalen. So, die Platte ist drin. Dann schnell noch fokussieren. Das Ding hier umklappen. So, dass ein bisschen Platz da drunter ist. Passt. Klappe zu. Damit hier keine falschen Fragen aufkommen, ich habe die Datei in Adobe Illustrator geöffnet. Und die I schicke ich jetzt einfach über Adobe Illustrator super easy per Drucken an den Laser. Und der Laser macht dann quasi den Rest. Und da, wie sieht er so aus. Untertitelung. BR 2018 Ja, so schnell hat man eine wunderschöne Dekoration gemacht. Also ich finde, das ist eine saukole Dekoration. Und wenn du gerne mehr solche Sachen sehen möchtest, denk dran, subscribe me, follow me, mach me, schreib me, mach irgendwas. Und ich würde sagen, ich fange jetzt weiter an zu tüfteln. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Und wir sehen uns beim nächsten Video.